Zurück bei der Hündin mit dem Fable für Züge. Das letzte Mal kam zwar raus, dass Elli auf Züge steht, allerdings nicht so ganz auf unsere Kameras. Wir haben heute einen Kameramann dabei, der mit einer kleinen Kamera mitfilmt. Den Rest haben wir komplett versteckt. Ich hoffe, die Elli wird dadurch nicht so gehemmt sein beim Training. Und wir gucken einfach mal, wie gut sie mitmachen kann. Dafür trifft sich Sophie mit Dieter und Elli am Mainufer. Hallöchen, ihr zwei. Hallo. Na? Grüß dich. Ein bisschen lockerer als beim letzten Mal ist es schon. Ja, teilweise. Ich merke es nicht so eich wie die Leute, die sie kennen. Sie meinen, sie ist wesentlich lockerer. Lockerer. Ja. Also ich finde sie heute im Gegensatz zum letzten Mal viel offener. Sie guckt schon ein bisschen, wer da so rumsteht. Ganz egal ist es ihr nicht. Aber wir sind ja jetzt relativ nah an den Zügen. Da fährt er hier dann eigentlich vorbei. Ja. Sie hat jetzt schon die Erwartungshaltung, okay, aus irgendeiner Richtung kommt er ja. Wir müssen die von der Aufmerksamkeit so hinkriegen, dass sie dir schenkt. Und jetzt animierst du mal richtig, die muss nicht bleiben und darf direkt dem geworfenen Spielzeug hinterher. Elli, schau mal. Hui. Huiuiui. Hallö. Und bring. Genau. Und bring. Bring. Sehr gut. Super. Okay. Ich hätte gerne, dass wir ein bisschen mehr in die Richtung werfen. Weil wenn wir da hinwerfen und da kommt jetzt dann der Zug, dann wird es wieder zu schwer. Elli, schau mal. Huiuiui. Hallö. Und komm. Bring. Die muss den Spaß dabei fühlen mit dir. Oh, super. Ja, ganz wichtig. Es geht ja darum, dass Elli wirklich in Bewegung kommt, Spaß hat und dass wir auch einen Reit setzen, der im Zweifel auch dem Reiz des Zuges standhält. Also wenn ich da nur mache, bring's, ist zu wenig. Es kommt jetzt hier kein Zug gerade, aber die Erwartungshaltung bei ihr ist ja schon sehr groß. Und wenn die jetzt hier schon nicht mitmachen könnte, könnte man es direkt vergessen. Und schon rauscht der nächste Zug in die Spielpause. Elli ist sofort on fire. Genau. Sit. Nein. Warte. Nein. Nein. Alles gut. Alles gut. Okay. Kommt am Depo rein, wenn der Zug im Anmarsch ist. Und da sehen wir jetzt, da ist die gar nicht ansprechbar. Hey. Sit. Ich würd bei ihr gern ein bisschen mehr Ruhe einbauen. Und vor allem, wenn ein Zug kommt, darf die uns nicht ausrasten. Das heißt, wir laufen jetzt einmal zurück. Ah ja. Alles gut. Platt. Ich will jetzt nur vermeiden, dass die noch drei Meter Leine hat, um sich da voll reinzuhängen. Also halt die einfach am Geschirr. Je enger du die hast, desto ruhiger kriegen wir die. Je mehr Leine die hat, desto mehr kann die einfach in der Energie sich reinhängen. Sehr gut. Erstmal sucht Sophie einen Ort, an dem Elli nicht so leicht auf die Gleise geraten kann. Dann geht es weiter mit. Wer kriegt Ellis Aufmerksamkeit? Naja, aber warte, 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 warte. Genau. So, weil jetzt hier fängt es schon an, dass sie vorbrischt und so ein bisschen nervös wird. Und das ist genau die Grenze, an der wir jetzt arbeiten, weil da oben ja jetzt die Züge dann fahren. Ja, sprich sie an. So, da haben wir jetzt schon den ersten Zug. Lob sie mal. Gut gemacht. Wema. Super. Was ich nämlich jetzt schon schön finde, ich meine, sie hat geguckt, die Ohren gingen auch vor. Jetzt fangen wir hier mal an und gucken mal, wie weit wir kommen. Ja. Elli, schau mal. Und abutieren. Hol den Knochen. Auf. Genau. Und bringen. Super. Ja, ja. Und gleich. Das ist ja genau so jetzt dieser schmale Grat. Auf eine Art wollen wir natürlich, dass Elli den Reiz mitbekommt. Also mitkriegt, ah, da könnte ein Zug kommen. Aber wenn sie einmal in hohem Erregungszustand ist, dann haben wir ja keine Alternative mehr. Also das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr sensibler Moment im Training. Wir versuchen ja immer jetzt an der Grenze zu sein, wo es es aushält und ein Bleib hinkriegt. Hey, Bleib. Genau, sprech sie an. Elli, komm her. Belohnen sie. Ja, und belohnen sie jetzt aber auch dafür. Genau. Ja. Ich möchte, dass ihr einfach an der Stelle arbeitet, wo ihr beide entspannt bleiben könnt. Viele Spaziergänge vom Zug weg gerne machen, dass wir die nicht täglich fünfmal stressen. Aber ansonsten ganz fleißig hier natürlich an der Grenze trainieren. Vor Elli und ihrem Herrscher liegt noch viel Arbeit. So, also denk dran, Schleppleine bleibt immer dran. Du arbeitest an dem Punkt, wo es ihr schwer fällt und erst näher arbeiten, wenn sie schön bei dir Blickkontakt sucht, wenn Züge kommen. Okay, bedanke ich mich. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja, du möchtest. Ciao. Wir waren das erste Mal so lange wieder beim Zug da unten. Und da habe ich ihre Reaktion wieder gemerkt, wie die Augen glänzen. Und da habe ich genau diesen Drang gemerkt bei ihr. Wie süchtig mein Mädchen ist nach den Zügen. Also im Grunde hat das Training jetzt erst begonnen. Beim ersten Hausbesuch konnte Sophia noch gar nichts machen. Wir haben die ersten kleinen Momente ja schon gehabt, wo Elli mal ablenkbar war. Aber es ist natürlich wirklich der Anfang. Also ich glaube, dass wir noch viele Trainingseinheiten vor uns haben. Dann bin ich ja schon. Vielen Dank.